Das Spezielle an Emil Frey in Münzigen ist, dass wir ausschliesslich mit Gebrauchtwagen handeln und nicht mit Neuwagen im Gegensatz zu allen anderen Filialen der Schweiz von Emil Frey. Mein Chef unterstützt eigentlich richtig sehr gut und wie er hilfsbereit ist und wie er hilft, um Sachen zu machen, dass sie richtig kommen und dass Kunden so gefreut haben und so. Und wenn ich auch etwas nicht verstehe, wie sie mir klären oder wie sie mir helfen, dass es gut kommt, kläre sie sehr gut und sehr nett und sehr freundlich. Die Tatsache, dass wir hier ausschliesslich mit Gebrauchtwagen handeln, ist für einen zukünftigen Lernenden interessant, dass er alle möglichen Marken und alle mögliche Arbeiten an diesen Marken Lehren ausführen wird. Ein Lernender sollte bei uns die Lehre machen, dass wir die Mobilität, die in Zukunft sicher auch da sein wird, dass wir sie unterhalten und weiterführen können. Ich bin stolz auf meine Mitarbeitern, sehr soweit. Die Frauen verhalten sich vorbildlich und sind eine Quelle der Ruhe. Ich bin stolz auf meine Mitarbeitern, sehr soweit. Ich bin stolz auf meine Mitarbeitern, sehr soweit.